Jump in the Line Jump in the Line ist ein Kontratanz, das heißt die Partner stehen sich gegenüber. Beide Partner machen die gleichen Schritte. Die ersten 8 Schritte beginnen mit rechts und wir gehen um den Partner drum herum. Das heißt den rechten Fuß vor, den linken vor, den rechten vor, den linken zur Seite, den rechten nach hinten, den linken nach hinten, den rechten nach hinten und den linken an den rechten ran, sodass die Partner sich wieder gegenüberstehen. Das machen wir noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und im Tanz werden diese Schritte zweimal getanzt. Und das machen wir jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die nächsten 4 Schritte. Die rechte Hacke nach vorn, die linke Hacke nach vorn und wieder zurück. Noch einmal. 1, 2, 3, 4. Jetzt machen wir ein Tableturn. Den linken Fuß nach vorn drehen. Den linken nach vorn drehen. Den linken nach vorn drehen. Und noch einmal, dass die Partner sich wieder gegenüberstehen. Und noch einmal von vorn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und das Ganze wird im Tanz auch noch einmal getanzt. Also zweimal. Und das machen wir jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die nächsten Schritte. Eine Drehung nach rechts. Das gleiche für den Partner. Den rechten Fuß zur Seite. Eine halbe Drehung. Den linken zur Seite. Eine halbe Drehung. Den rechten zur Seite. Und den linken an den rechten Rand. Noch einmal. 1, 2, 3, 4. Und die Drehung wieder zurück. Den linken zur Seite. Den rechten zur Seite. Den linken zur Seite. Und den rechten an den linken Rand. Und die Partner stehen sich wieder gegenüber. Die letzten 8 Schritte noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die nächsten 8 Schritte. Einen kleinen Sprung nach vorn. Mit beiden Füßen. Und wieder zurück. Noch einmal. 1, 2, 3, 4. Die nächsten 4 Schritte. Eine Vierteldrehung nach links. Und den rechten Fuß zur Seite absetzen. An den linken Fuß wieder ran. Den linken Fuß zur Seite absetzen. Und an den rechten wieder ran. Ich zeige das noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und die letzten 8 Schritte werden jetzt noch 3 mal getanzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und das zeigen wir noch einmal im Zusammenhang. Die letzten Schritte. Und. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und noch einmal alles von vorn. Und. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Und die letzten Schritte? Wir machen jetzt 8 Schritte nach rechts mit einer Vierteldrehung Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dann wird eine Drehung gemacht und 8 Schritte zurück 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Und noch einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nach den letzten 8 Schritten drehen wir uns dem Partner wieder zu Denn der Tanz beginnt von vorn Aber die letzten Schritte zeigen wir noch einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Und der Tanz beginnt von vorn Und das zeigen wir noch einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Und der Tanz beginnt von vorn